Jo, Markus, seos! Da kommt auch noch Da hat mich jemand eingeladen Da treten wir natürlich mal bei Sound wollte ich noch ein bisschen runter So Damit ihr mich besser verstehen könnt Wenn ich hier quacke Ähm, ja, wir unterstützen hier diesen Trupp mal Oh, scheiße, das ist ne Max Aua, 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 Aua Zünden! Boah, Gott Wie viel haben wir? Einen Oh, jetzt hat der von hinten mich genommen Markus schreibt grad Einen Blick, äh, auf Kommt dazu So Markus ist auf dem Weg Äh So Ein Kellner gemacht Das ist nicht gerade viel Wir werden ja auch ein bisschen überrannt Lass mich grad überrannt werden Mein Mikrofon ist irgendwie so leise heute Oh, man, ihr schreibt zu viel Jetzt hab ich grad die Aufnahme gestanden, jetzt schreiben wir die ganzen Leute Oh, nur Kellis ist Der andere war direkt davor auf mich Oh, Mann Oh, das Phalanx geschützt auch noch geht auf mich Oh, wir haben jetzt fast alle Sandys verloren Und der wird auch angegriffen, auch wann Das reicht jetzt diesmal nicht, oder? Doch, reicht doch Ich muss in Deckung gehen Ich muss in Deckung gehen Und nach unten sind Maxis Ach, shit Da komm ich nicht bei Da komm ich nicht bei Jetzt haben die Sandys hinter uns Ich glaub der macht hier nicht mehr lange mit der Sandy Meine Pose ist jetzt Meine Pose ist jetzt Alter, was war das hier? Ich hab noch Lightning hat mich jetzt gegrillt Das ist nicht gut Das verteidigen wir gerade Gut, da kann ich jetzt nur noch spawnen Zuwahrern Und da kämpfen sie auch ordentlich hart Also da ist Alarm noch eine halbe Stunde Das da auch Ja gut, da ist ja gar nichts mehr los Da kommt eine Lipp, eine feindliche Alter, der rotzt doch Da hol ich mir das einfach rein Ist eine Mossi Da ist die Lipp, ne Moskito Wenn ich wüsste wo der andere ist Die woinholin eben gerade drauf geballert hat Oh nein! Hm... Hm, 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 hm... User joined your channel. Yo, Marcos! ja alles gut aufnahme läuft seit fünf minuten schon was gerade noch zeitig geschrieben habe gedacht wir nehmen mal wieder auf und war schon lange nichts mehr gekommen ist auf dem kanal müssen wir mal wieder was machen ich weiß nicht was sind bei euch los habt ihr nicht zu viel zeit momentan oder ich hab zeit warum sagt es schreibt keine was in die gruppe ich weiß nicht vielleicht seid ihr beschäftigt deswegen wenn es bestimmt nicht was ich weiß nicht schon beschäftigt ist aber ich denke ich weiß ja nicht ist ja auch vergeben jetzt hat man was besseres zu tun als den ganzen tag zu zocken ja eigentlich aber eigentlich eigentlich aber ich finde es gut wenn du da bist dann kannst du jetzt gleich mitmachen in der salam noch das ist das gute 17 prozent ich habe noch gar nicht draufgeguckt die ganze zeit jetzt eigentlich die fünf minuten zwei ist ich habe da nur in seinem sand mit drin und schießt mit auch wie heißen die ja die gute die gute waffe wie heißen die ja gute waffe ja ist die so ja ich meine nicht die bulldog die andere die für die juli 4 genau 4 wie der direktor von shield aber wir kriegen so dermaßen hat auf den sack ist es nicht mehr feierlich kregen immer auf den sack 43 haben nk tr aber wir kommen nicht mal von der base weg weil wir so eingekämmt werden gerade hier noch mal bist du online bist du noch nicht gell mann ich krieg gerade auch noch ok haben wir wenn so hart hier eingekämmt sich nicht mal zeit schießen kann ohne dass ich dauernd beschossen werde jetzt nicht und dann lade ich dich gleich mal ein hier bin ich nicht gespielt ich auch nicht deswegen glaube ich hier ein bisschen rum gerade ich habe ja einmal videos angeschaut smarty kraft am main ist black was das angekommt das mal ich habe video videos und herren angeschaut die ganze zeit für blende zeit oder was ich bin jetzt haben müssen so arg habe ich auch gespielt und und auf jeden fall den arsch weg gesprengt den trottel nach repariert als ein sand sandy und ich spring von oben mit c4 drauf was dann hier habe ich noch mitgenommen und den typen aber ist jetzt das bomb bieten wenn ich sie da hinkriege muss erst noch in das switchen ich einladen nein der ist schon ich würde jetzt gerne so einen größeren trupp mal leiten aber ich kriege jetzt keine leute zu sagen kann ich dich einladen dann du bist auch schon im trupp ich bin bei dem trupp jungen ja ich lade aber noch irgendwelche random fuckers ein der sich also ich habe zwar den gleichen angelernt ja mann ich habe jetzt kein c4 mehr hier sind so viele panzer rum wo man aktivieren könnte ist weil ich bis der aussteigt und dann kriege ich denn da vielleicht sogar wenn der rappen tut nein der ist so geplatzt wo er aussteigen musste der harry kriegt auch fett auf die fresse der geht auch weg das ist ja das ist ja ein bisschen op aber es gibt das haben wir hier sind ja hier sind sander in der nähe bei dir wurde ich doch an anderen zeiten wo ich hier bin wo ich bin ist sander an der straße alle jahren so stehen klasse du bist ich bin hier auf dem plateau drauf davon steht nämlich eine drecks max und die kriege ich nicht weg ohne c4 ich habe nicht mal mehr eine granate ja jetzt ist hier also c4 da kommen wir jetzt ja da war scheiße ich muss das überleben wäre so ein spießrotenlauf ne die max böse ich habe ein level 3 jawohl kommt zu mir hier ja ich weiß wo also wirst du schon siehst du sie da ist ein spiel und vorsicht der direkt unter uns ich habe die max jawohl